Hi und herzlich willkommen auf unserem Messestand auf der Hannover Messe. Mit unseren Lenze Shortcarts wollen wir euch die ganze Woche auf dem Laufenden halten und euch einen kurzen kleinen Einblick hinter die Kulissen von unserer Lenze-Welt geben. Und heute fangen wir schon gleich damit an mit einem spannenden Thema und laufen einmal rüber zur Automation Wall. So Tobias, wir stehen hier gerade vor der Automation Wall und ich habe die Info, du hast damals beim Automation Camp mitgemacht. Kannst du mir mal kurz erklären, was das eigentlich ist und wie du dazu gekommen bist? Ja, das Automation Camp. Also ich habe angefangen bei Lenze als dualer Student und da habe ich schon viel mit Martin Harms zusammengearbeitet und das ist letztendlich auch der Initiator gewesen vom Automation Camp. Und mit dem zusammen habe ich dann eben Zeit verbracht mit anderen internationalen Studienabsolventen nach meinem dualen Studium. Und da haben wir eben alles gelernt, was man braucht in der Praxis, um im Systemgeschäft halt den Kunden bei Verwirklichung von Projekten zu unterstützen. Also von Soft Skills bis allem, was man von dem Softwarewissen halt mitbringen muss, damit man eben halt mit Kunden zusammen mit unserer Technik eben halt alles umsetzen kann, was der Kunde nennen möchte. Okay. Und du bist jetzt immer noch bei Lenze, logischerweise, wenn wir dich hier treffen. Was machst du jetzt bei Lenze? Also ich bin System Engineer. Das ist auch sozusagen das Ziel vom Automation Camp, dass dabei halt jemand rauskommt, der nachher den Kunden in Systemprojekten unterstützt. Das heißt, ich bin in ganz Deutschland unterwegs mit verschiedenen Vertriebsleuten und setze dann zusammen Kundenprojekte um. Also es geht von Pre-Sales, wo man Kunden berät, bis hin zur wirklichen Umsetzung und Implementierung von Software. Okay, cool. Vielen Dank, dass du uns den Einblick hier gegeben hast. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder.